Gut, wir machen weiter mit Helden diesmal, weil der einfach viel zu wichtig ist. Er hat's ja gesehen, wie ich das letzte Mal abgeartet habe. Abartig schwer war. Ah, jetzt ist es gar nicht. Mann, wehe, du kratzt wieder ab. Jetzt hab ich gedacht, aber ich darf echt nicht mehr schätzen. Schwere, links da, schwere Widerstand, so wie es heißt, ist einfach extrem schwierig. Da kann man sagen, was man will. Entschlossener Widerstand meine ich. Und euer Held wird angebretten. Ja, ich muss schon auf der Pause, um zu bleiben. Eure Truppen werden angekabelt. Und das wird eh kaputt gemacht. Und da, hier, schnau ich mir lieber die Erfahrungspunkte. Wandelt es halt um, mein Gott. Dann stelle ich mir hier an. Der ist jetzt auch krass. Die Karte ist einfach nur hart. Ich weiß, das sage ich von jeder schweren Karte, aber... Wirklich. Also allein die Verteidigungsanlagen dieser Hochelfen, die wir auf dem Pass dann wieder gelassen haben. Ja, dann hab ich ihn zu viele Männer. Jetzt hat's zu wenig. Natürlich greift er mich wieder an. Intelligenter Turm. Investieren. Oh Mann, dass ich mich dieser aufregen muss. Gibt's ja nicht. Macht doch einfach alles kaputt. Gebt doch einfach aufkommen. Hat doch keinen Wert nicht mehr. Eure Truppen werden angekabelt. Hier. Die Mine hätte ich eigentlich verbraucht irgendwann. Gut. Vielleicht kommen die von der anderen Seite wieder. So. Mir schaut's jetzt aus. Ich brauch Flueinheiten und zwar viele. Und zwar gute, viele. Und viele gute. Unsinnig. So, wie schaut's aus? Und? Und nicht kaputt, sondern umwandeln. Der Kreuzzug. Der eine Priester ist entzürnt. Äh, Priesterin ist entzürnt. Äh, äh, entzürnt. Heißt nicht erzürnt? Egal. Sie ist überdrüssig. Nochmal. Der Kreuzzug. Die Priesterin ist entzürnt. Sie ist es überdrüssig, dass der Feind ihren Schrein schändet. Wenn sie zwölf feindliche Einheiten töten, stellt sie den zwölf fähigen Bogenschütz an die Seite. Wunderbar. Um die Verluste auszugleichen. Zap, 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 zap. Gut. Ist es endlich fertig jetzt? Vielleicht den Wisps kaputt machen. Vergiss es. Oh, gut. Und da oben noch. Zah, 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 zah. Ja, klar. Ach. Ich muss durchatmen und weiter geht's. So. Ihr habt zu viele Männer. Ich kann nicht zu viele Männer haben. Eure Truppen werden angegriffen. Und hier wird alles. Huhn habe ich auch nicht entwickelt, beziehungsweise leben hier. Und ihr geht jetzt bitte dahin. So, wie schaut's aus? Zwölf ein Einheiten habe ich. Zwei. Ah, toll. Zah, 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 zah. Gut. Wie haben wir noch? Heute zum Umwandeln. So. Die zerstören einfach mal. Gut. Flugeinheiten. Gut. Dann bitte mach einfach nur Drachen. Das geht schon. Hauptsache Drachen. So, und du, mein Lieber? Äh, ich brauche dich ja eigentlich mit dem hier. Ja, machen wir bitte. Ach, das geht nicht. Schade. Ja, wo ist denn der Schamane? Die bitte ganz viele. Und ansonsten lasst es die machen. Gut, gut. Dann lasst wir hier stehen. Heißt sich vielleicht noch ein bisschen Fünf von zwölf. Ich bin kaputt hier alles. Ja. Dann geht's auf in die zweite Runde. Und diesmal mache ich das alles schön systematisch. Das stimmt. Ein neues Zeitalternat. Aber das müssen dann die zwölfe Einheiten hier sein. Da, 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 da. So, das ist nicht das Einheiten hier. Ja, die sind das Brunscherste, genau. Ja, die bringen sie zwar nicht, weil irgendwie die würden zwar ne, Langbogen keine, okay. Keine Fertigkeiten, na klar. Das sind halt die gleichen wie diese hier. Dort kann ich so vergessen, dass mein Held angegriffen wird. Gut, 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 gut. Ah, alles kaputt. Wiesn Magieturm. So. Dann. Bitte angreifen. Gut, gut. Und du machst ganz viele Drachen. Baut mit ganz viele Hauses. Wie gesagt, eine nach Stufe 2 und eine in Stufe 1. So. Und ansonsten hier magische Verteidigung. Und ja, ihr könnt angreifen. Und ihr könnt, habt ihr eine große Reichweite? Habt ihr nicht? Doch habt ihr. Oder? Keine Ahnung. Ha, ha, ha. Da, 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 genau. So, so. Ja, du kannst ruhig weit angreifen. Ja, es sei dir gönnt. Und es sei dir erlaubt. Ich sollte vielleicht mich einfach da durchschleichen. Das ist auch blöd. Aber die greifen schon gegen die Untoten. Okay, die kämpfen. Alles klar. Da kannst du doch bestimmt auch du machst mal magische Verteidigung hier. Das ist zu... Definitiv zu gefährlich. Gut, 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 wie viele Lufteinheiten habe ich schon. Keine. Nein, gut. So. Und ganz viel viel der Mäuse. Gut, gut, gut. Und Gornack. Fast fertig. Hier drauf, bitte. Ja, ja, ja. Wahnsinn hier. Gut, dann habe ich den Hexabi schon erschaffen. Mal kurz unterbrechen. Weil ich mir nicht sicher bin, ob mein Held sich blittlings in den Kampf stürzt. Was er macht. Und du darfst wie immer angreifen. Puh, puh, puh. Gut. Ich mache es aber folgendermaßen und lasse ein paar von den Gebäuden da noch stehen. Ich mache lieber die da oben kaputt. Und zwar sind die Kämpfer hier auch mal kaputt. Aha, aha. Weil nämlich lieber die da oben. Gut, gut, gut. Dann greift es schon wieder in die Asche. Okay, ja. Jetzt sind nämlich die Untoten da. Und dann bin ich ganz froh, dass ich die... dass ich die Dinger noch habe. So, wie schaut's aus? Meine Flugeinheit. Wunderbar. Dann nehme ich die mal als Platoon 2 und greife an. Beziehungsweise ihr könnt raus. Dann mache ich hier mal kurz die Speichel wieder. Und gehe dann mal da hoch. Und schau, dass ich möglichst viel von denen kaputt mache. Ach, die haben hier noch gar kein Lager gebaut. Das ist ja lustig. Haben die das erst später gemacht. Was für eine KI. Ah, dann lieber hier. Und da müsste auch jemand gewesen sein, ne? Äh... Was noch? Ja, schaffe ich. Ja, dann geht's ja schon mal auf die Hauptstadt Stauben. Da ist noch was. Zap, 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 zap. Sehr, 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 sehr schön. Nicht schön. Das ist das Kämpfer, okay. Ja, aber jetzt kann nämlich... Jetzt habe ich wenigstens nur noch einen Feind. Gut, macht nix. Gott, macht der Schaden. Ist ja hervorragend. So. Dann... Attacke. Mit voller Kraft. Und wenn ich... Die haben auch noch... Fertiges Dein Heim ist geschafft. Ah, wunderbar. Dann ist die Karte doch noch ganz gut. Ich überlege es mir dann, wie es schneit. Hm. Ja. Aber es ist wieder eine 40-Minuten-Folge geworden. Die letzte. Hä, schon wieder? Okay. Ich habe nichts dagegen. Achso, gerade mal hier an. Jo, dann... Attacke. Ziehen wir nicht Attacke. Ah, noch ein Drachendings da. Äh, ein Drachenskelett. Ich glaube, der ist... Kohlisch, Drachen... Drachenkohlisch. Weiß auch immer ein Kohlisch ist. Oder ein Kohlitsch, oder... Was weiß ich. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf den Elanos. So. Eure Truppen werden angeboten. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Versammelt euch mal bitte hier. Oder macht man den Held mal kaputt. Genau. Schließt euch meine Bargähe ab. Vorwärts! 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 Mach so richtig viel! Ah, das ist ja kohlig noch da hinten. Aha, aha. Glück und Glück. Ihr habt zu viele Männer. Ich bin auf den Elanos. Mhm, mhm. Vorwärts! Eure Truppen werden angegriffen. Ach, gerade sieht man den Umriss gar nicht doch. Ihr habt eure Beusel werden angegriffen. Schnell. 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 Gut, gut, gut. Dann lass ich die einfach gegenseitig sich niederschmetzeln. Auf dem Weg glänzt uns rein. Moros Elkonda. Aha, aha, aha. Ja, ja. Ihr habt zu viele Männer. Dann lass ich die drachen wieder. Der ist auch gut getarnt. Ihr habt zu viele Männer. Was machen die wenigstens dann eigentlich kaputt? Gegner kaputt. Oh mein, Hilfe! Turin Elana. Ja, heilen ist gerade nicht. Sondern. Ach, der Titan ist da. Wunderbar. Eure Gebäude werden angegriffen. Nur noch so lange überleben, mein Held. Und nicht in irgendwelche Gegner reinrennen. Ah, kaputt hier. Zap, 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 kriegt er Fahrer. Vielleicht krieg ich auch noch hin. Den, aber nicht. Jetzt kriegt mir mein Titanen. Bleibt mal stehen. Jo, bitteschön. Zap, 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 zap. Das ist die ultimative Angriffsarmee. Das ist Titanen. Gut, 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 bitteschön. Zap, 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 gut. Attacke! Gut, 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 gut. Ja, warte, den Titanen da stehen. Der müsste dann alles abfangen. Hört. Gut, 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 gut. Und ein Held plus Titanen ist für die gegnerische Hauptstadteroberung fast unschlagbar. Weil der Titanen jetzt einen Gegnerblatt macht und der Held einfach alles umwandelt. So einfach geht das. Zap, 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 zap. Wir kommen gleich zum Angreifen. Ja, halt. Halt. Schönen, schönen da bleiben. Ja, das ist schon wieder. Soll ich doch alles kaputt machen. Ja, Mann. Mach ich doch alles kaputt. Äh, hallo? Du kannst ruhig drauf angreifen. Mein Gott, echt. Kaputt, 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 kaputt. Eure Trücken werden angegriffen. Mhm. Gut, gut, gut. Aber was die noch an Widerstand leisten. So. Gut. Hier oben. Die Hap hier noch kaputt machen. Ihr habt zu viel. Wow, was die an Schledermäusen haben. Das sind ja feierlich. Und ich jetzt aus. Na, war noch was schon. Überlebst du schon. Das ist nicht schlimm, das ist ein Assauri-Gebäude. Dies ist jetzt unser Besitz. Suurin Elanos. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020